Die Ingenieurgeologen, Hydrogeologen und beratenden Ingenieure der Geotechnik Büdinger Fein Welling GmbH aus Mainz erkunden die Baugrund-, Altlasten- und Hydrogeologischen Verhältnisse für Bauvorhaben. Dafür führt das Unternehmen mit geotechnischen Geräten, Aufschlussbohrungen, Sondierungen und weitere Erkundungen durch. Im geotechnischen Labor werden dann die Proben untersucht. Geotechnik Büdinger Fein Welling GmbH Geotechnik Büdinger Fein Welling GmbH Untertitelung des ZDF, 2020